Mein Name ist Sascha Rabe und heute spreche ich mal über das Thema Glaubenssätze, limitierende Glaubenssätze. Das ist das, was das kleine Teufelchen auf der Schulter dir immer zuflüstert und das Teufelchen spricht auch ganz, ganz schön. Es flötet dir quasi ins Ohr und sagt dir, ja, so Sätze wie Geld stinkt oder so Sätze wie das sind Neureiche oder Sätze wie, ja, bleib mal auf dem Teppich oder Sätze, wir sind ganz normale Leute. An der Stelle sind das limitierende Glaubenssätze, weil die nehmen dir die Chance, etwas Außergewöhnliches zu schaffen und meine Empfehlung sowohl zum Geldverdienen als auch um einen erfolgreichen beruflichen Weg zu gehen, wirft diese Glaubenssätze über Bord und wenn du da unterstützt...